Diese Kraft spürt man durch alle die Neuigkeiten damals, die moderne, utopische Elemente, die in diesem Film sind. Sie behandeln problematische Dinge, die heute sehr aktuelle sind. Die Art der Bildung, der Rhythm des Montages, ist etwas, was nicht älter wird. Man sieht Fritz Langs Filme durch die Augen, wenn man darf sagen, von der Komponist. Das ist für mich wirklich die unglaublichen Aspekte für Kunst, wenn ein Künstler trifft 100 Jahre danach eine andere und entwickeln zusammen einen Dialog. Das ist ein Stück, das ich seit 1995 lebte, als ich die erste Version gemacht habe. Die ersten Ideen sind einfach, aber nachdem man daran arbeitet, lebt man mit diesen Ideen und sie werden vieler und vieler. Das ist für mich und für uns als Gürzenich Orchester so eine Ehre, dass wir können diese neue Orchesterfassung Uhr aufführen hier in Köln. Für mich ist es ein sehr spezielles Moment, weil es die erste Mal, dass ich das erste Mal hören kann. François-Xavier versteht meine Musik komplett. So, er hat das mit der Orchesterfassung. So, ich bin sicher, dass für heute, ich werde total bereit sein. Bis zum nächsten Mal.